Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Trello Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich bei Trello den Dark Mode einschalte. Eigentlich sehr einfach, wird aber doch recht häufig gesucht. Und wir öffnen dafür zunächst einfach mal Trello. Und hier sehen wir, läuft alles. Ich bin in meinem Dashboard und ich muss in kein tiefer gehendes Menü, denn ich muss nur oben rechts auf dieses kleine schwarz-weiß Icon mit der Aufschrift Design. Klicke ich das an, sehen wir hier die grundlegenden Einstellungen. Automatisch bedeutet, wie mein System eingestellt ist. Ich kann es aber auch einfach hier auf den Dark Mode umstellen oder auf den Light Mode. Wie ich das möchte. Und damit ist die Funktion soweit auch schon erklärt. Von daher wirklich, wirklich einfach, aber wird doch relativ häufig gesucht. Hat mich gewundert, aber wollte ich mal ganz schnell zeigen. Das war es dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao. Bis dahin, euer Shavo. Bis dahin.